Musik Es war ja jetzt erst so die große Hitze. Jetzt regnet es ziemlich viel, ist noch mehr Regen vorhergesagt. Wie finden Sie das? Also ich bin dankbar, dass es regnet, weil das tut der Natur gut. Natürlich, es gibt ganz viele Menschen, die unzufrieden sind. Jedoch, wir dürfen das nicht vergessen, unsere Bäume und Pflanzen, die kriegen ein bisschen Wasser ab und das ist gut. Ja, die Hitze ist eigentlich schon ziemlich unerträglich. Jetzt den Regen tut ziemlich gut, aber ihr könnt auch mal wieder aufhören. Es ist noch mehr Regen angesagt. Wie finden Sie das? Nicht gut. Nicht gut, nein. Das ist praktisch schon ein halber Winter. Wenn der ganze Eis ist, ist es besser oder so. Nein, lieber Sommer. Äh, Sonne. Ich finde das gut. Ich mag es nicht, wenn es die ganze Zeit warm ist. Wie sagt man, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Okay, die Natur braucht es für die Kinder leider nicht so toll. In dem Wetter können wir nichts ändern. Haben Sie denn ein persönliches Lieblingswetter für den Sommer? Ja, so 25 Grad. 25 Grad, so. Das wäre für mich. Ja, natürlich. Okay. Circa 25 Grad, blauer Himmel. Das ist optimal für den Sommer. Wenn nicht zu heiß ist, bis 24 Grad ist ideal. Äh, warm. So 25 Grad. Ja, Dauerwegen. Echt? Ja. Okay, selten. Ja, ich mag das so, weil ich mag Firmen nicht. Persönliches Lieblingswetter, also, nee, muss nicht sein. Also, ich bin mit allem Wetter zufrieden. Solange es nicht schneit im Sommer, bin ich zufrieden. Bleib. Und,